um ja egal premium ganz krass Ich würde das eigentlich schon lange gemacht haben, aber ich habe sonst wie immer vor mich hingeh... schon... Faulheit... Konferenz... Naja, auf jeden Fall mache ich das, weil an mir vorgeworfen hat... Ah, du machst ja jetzt nur noch Livestreams und kriegst trotzdem keine Donations. Guck dir eh keiner zu. Aber jetzt willkommen bei Kapitel 1. Willkommen auf Sklavenschiff 909. Unterwegs zur Pyramid. Sie wurden untersucht. Alle bei der Festnahme erlittenen Verletzungen wurden als nicht lebensbedrohlich eingestuft. Verbleibende Reisezeit etwa 16 Stunden. Fällt sie unter heftiger Übelkeit leiden oder sich erleichtern wollen? Benutzen Sie bitte das GKR zu Ihren Füßen. Ja, verfluchte Bande. Wann für euch erwartet Sie ein neues Leben? Frei von den vielen Gefahren dieser Welt. Fügsamkeit wird belohnt mit Sicherheit und Nahrung. Verweigerung wird mit Schmerzen bestraft. Achtung, Temperatur kürzisch. Kulturelle Effektivität 30%. Hey! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Verdammter Mist. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wo ist mein Kram? Was? Wo ist mein Kram? Der Kram, die Sachen, die ihr mir weggenommen habt! Darf nicht mit dir reden, die Vorschriften. Lagerraum im unteren Rumpf. Sklave 6B58, hilf Flüge der Gefangene. Verstoß der Stufa 1. Order, terminiere Sklave 6B58. Kapsel 8 gestartet. Noch 7 Kapseln an Bord. Mein Motorrad. Wenigstens krieg ich mein Zeug wieder. Okay, können wir also den Bek? Na los. Komm schon. Combat Max. Wenigstens jetzt hier inaktiv. Richtig gut draufgelegt. Passt das Leben drauf. Combat Max. Mehr hast du nicht drauf? Scheiße, ich muss mich beeilen. Oh nein, der macht wohl Witze. Geh! Hey! Hey! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Verdammte! Super! Und jetzt? Nicht hier! Super! Ich muss zu einer dieser Kapseln! Noch drei Kapseln anfang! Schatz! Schatz! Ja, wir kommen schon! Schatz! Schatz! Ja, wir kommen schon! Ja, wir kommen schon! Ja! 2 4 4 5 5 6 8 10 11 Ich kenne sie in den Kapseln. Nein! Nein, tut das nicht! Ahhhh! Fuck! Dann machen wir erstmal an, Nickerchen. Und dann beenden wir dann auch den Part. Ich bedanke mich für's Zusehen, bis zum nächsten Mal.